herzlich willkommen hier in meinem neuen studio es ist endlich soweit ich habe mir hier auf sechs quadratmetern mein kleines studio fertiggestellt und das hat in den letzten wochen so ein bisschen schweiß und vor allem geld gekostet ich möchte euch vor allem jetzt einmal vor kurz sagen dass sich alles was ihr hier in diesem video sehen werdet ich selbst gekauft habe ich wurde also nicht gesponsert oder ähnliches das noch mal kurz als hinweis vorweg für alle interessierten alles was ihr seht findet ihr natürlich wie immer unten in der video beschreibung was erwartet euch jetzt also in diesem video ich möchte euch in diesem video einfach nur kurz einmal zeigen was ich mir hier so aufgebaut habe wie ich es aufgebaut habe und vielleicht ist ja auch die ein oder andere inspirationsquelle dabei anfangen möchte ich dabei mit dem was ihr absolut gar nicht seht und zwar ist alles das was hinter der kamera passiert beziehungsweise jetzt vor mir steht und das wäre zum einen und damit möchte ich direkt anfangen natürlich meine kamera meine treue sony a 6400 die mich schon seit ein paar jährchen mittlerweile immer noch sehr erfolgreich begleitet die habe ich jetzt mittlerweile aufgerüstet und steht auf einem extrem stabilen stativ auf der kamera sitzt dann noch ein monitor den ich halt habe damit ich mich sehen kann ob ich im bild bin ob ich scharf bin wie hell das bild ist und so weiter da drum herum befindet sich ein teleprompter und das ist eine sehr sehr coole investition und mit die coolste aus den letzten monaten muss ich sagen weil das fällt einem wesentlich leichter wenn man gerade komplexe sachen erklärt vor der kamera dass wenn man da ein bisschen was ablesen kann damit es jetzt allerdings funktioniert mit dem teleprompter habe ich mir noch ein ipad besorgen ganz einfaches mir eine entsprechende app runtergeladen und eine fernbedienung besorgt fernbedienung ist heute ein bisschen das thema hier für alles und mit dieser fernbedienung kann ich dann halt die app also über bluetooth das ipad sozusagen steuern das geht auch in android tablet das habe ich auch das habe ich auch ausprobiert geht auch super und kann das halt über die fernbedienung steuern also sprich anhalten weiter wieder zurück und so weiter größer machen kleiner machen schneller langsamer das ist also ziemlich ziemlich cool eigentlich und ziemlich praktisch die kamera ist per usb direkt einmal mit meinem computer verbunden beziehungsweise mit meinem hub hier unterm schreibtisch und ich kann sie außerdem auch als webcam nutzen das heißt ich habe sie so eingerichtet auf meinem rechner dass ich damit auch quasi ein live stream machen könnte oder halt ja direkt irgendwo mit einsteige oder als podcast oder wie auch immer ist alles möglich dadurch dass die direkt verbunden ist auch mit obs oder mit youtube kann ich halt diese kamera direkt nutzen brauche also keine extra webcam dadurch dass die kamera direkt mit meinem rechner verbunden ist kann ich auch ohne weiteres einfach alle dateien die ich jetzt hier aufnehmen so wie dieses video direkt einmal umschalten und dann wird es direkt in mein video bearbeitungsprogramm reingeladen bzw importiert das ist natürlich äußerst praktisch damit ich die kamera auch ein und ausschalten kann gibt es dafür natürlich auch eine fernbedienung mit der ich halt ja die kamera ein und ausschalte bzw die aufnahme starte stoppe oder halt auch das menü umschalte wie zum beispiel für den webcam modus das war es jetzt erstmal mit der kamera sektion neben der kamera befindet sich ein kleines klimagerät möchte ich es jetzt mal nennen dass einfach im sommer jetzt dafür sorgen soll dass halt in diesem kleinen kabuff hier die luft nicht zu dick wird und naja ein wenig kühle luft an die füße gelangt damit der körper das ein bisschen runter regulieren kann und einem nicht zu warm wird weil das doch ziemlich heiß wird hier in dieser wohnung und das ist leider so ein bisschen dass das mankos einmal hier steht die sonne immer drauf deswegen kommen wir auch gleich noch mal zu den gardien nicht nämlich habe das sind spezielle vorhänge womit ich halt wirklich dafür sorgen wollte dass ich ein studiolicht hier platzieren kann wie zum beispiel diesen heiligen schein den ihr wahrscheinlich gerade in der totalen seht und dieses ringlicht ist auf jeden fall auch mega sein geld wert und absoluter game changer gewesen für mich weil das ist tatsächlich das licht was ich jetzt eigentlich nur noch brauche im prinzip also das hauptlicht sozusagen aber da kommen wir gleich zu genau wir waren bei den gardien und dem klimagerät das klimagerät wie gesagt das kann man hinten mit wasser füllen dann läuft da noch so ein kühlkreislauf durch und genau ist halt eins was ohne ablauf also ohne abluftschlauch ist und daher ist es kein richtiges klimagerät wie man es sonst kennt weil da braucht man halt ein abluftgerät für oder ein abluftschlauch damit halt die warme luft auch raus transportiert werden kann dieser hier ist in etwas besserer ventilator aber ist halt ziemlich laut also naja zum bearbeiten zwischendurch geht's während den aufnahmen kann das teil natürlich nicht laufen dann befindet sich direkt neben dem klimagerät mein fest installiertes mikrofon das ist das sennheiser mke 600 das seht ihr hier direkt über mir ja das ist ein richtmikrofon was ich halt so aufgebaut habe mit dem passenden geigen stativ den ich auch schon seit längerem habe aber jetzt halt so fest platziert habe so dass ich die nicht immer erst irgendwo hin räumen muss das war sowieso das was ich erreichen wollte ich wollte ein studio haben wo alles fest seinen platz hat und ich nicht jedes mal alles auf und abbauen muss und das geht hier auf sechs quadratmetern wirklich super hinter mir seht ihr was ich schon gemacht habe ist zwar eine neue einen neuen hintergrund ein festen das ist eine ja das sind so 3d paneele also die kommen wirklich so ein paar millimeter raus und habe ich jetzt einfach mit doppelseitigem klebeband extra für tapeten befestigt und hält wirklich super ich habe auch wirklich immer nur kleine punkte da benutzt nicht ganze streifen und es hält trotzdem bombe also schon seit ein paar wochen jetzt mittlerweile einfach nur damit ich ein einigermaßen schöneren hintergrund habe und das so nicht so nach nichts aussieht also ist natürlich immer geschmackssache deshalb seht ihr da hinten noch so zwei leuchtmittel die ich mir noch besorgt habe so vintage leds die hängen einfach von oben an einem haken an von der decke herunter und sollen einfach noch mal ein bisschen das ambiente auf lockern ja so geht das eigentlich ringsum das was ihr seht hinter mir dieses weiße teil was aussieht wie so ein schornstein das ist ein absorber denn ihr seht bestimmt auch schon in dieser totalen ich habe überall so weiße absorber an den wänden dran das sind basotec schall und hall absorber die einfach dafür sorgen dass ich wie es vielleicht auch schon hört die ganze zeit einen relativ trockenen sound habe also die die stimme wird hier sehr trocken und etwas gedrückt will ich nicht sagen das klingt so negativ aber schon sehr konzentriert wird die stimme hier drin und das ist sehr sehr cool und ideal natürlich für aufnahmen und weil ich halt hier in einem kompletten wohnraum bin also küche und wohnzimmer zusammen und mir halt in dem wohnzimmer diesen kleinen bereich von sechs quadratmetern abgehangen habe brauchte ich natürlich irgendwas um diese sechs quadratmeter auch abhängen zu können und deswegen habe ich mir gardienstangen besorgt die man quasi nicht bohrt sondern einfach nur auseinander zieht und durch dieses zusammendrücken dann dazwischen quetscht und dann diese feder darin sich auseinander drückt damit das zwischen zwei wänden hält und das habe ich gemacht mit zwei gardienstangen hier auf dieser langen seite das sind knapp drei meter oder drei meter dreißig sogar und in der länge und das hält wunderbar und an dieser gardienstange an einer hängen zwei vorhänge und diese vorhänge habe ich mir halt besorgt weil ich wie gesagt vorhin gerne ein künstlich nutzen möchte weil hier sonst die sonne draufsteht und ich immer wieder gucken muss bei jedem video vielleicht habt ihr es in den anderen videos gesehen das licht ist meistens immer irgendwie anders ich habe anderes hintergrund licht ich bin anders beleuchtet mal steht hier mal steht da die lampe das habe ich ein bisschen verrückt gemacht und deswegen habe ich mir gedacht ich möchte das gerne abhängen mit gardien aber dann nehme ich nicht irgendwelche sondern ich nehme richtige vorhänge und zwar akustik vorhänge sogenannte molton vorhänge und dieser molton stoff hat den vorteil dass sich da meistens so eine folie drin befindet und diese stoffe deswegen sind es halt akustik stoffe wie bühnen vorhang muss sich das vorstellen wie im kino und dieser große vorhang der kommt das ist auch meistens molton und der hat halt die eigenschaft dass der hall und schall so aufnehmen kann und dann absorbiert so ein bisschen und dadurch man sich so ein bisschen abschneiden kann von dem raum und deswegen habe ich die genutzt weil ich habe jetzt blickdichte vorhänge hier kommt also kein tageslicht mehr rein und die sind ultra akustisch im vorteil das heißt schon alleine dadurch dass ich hier die gardien aufgehangen habe und ich noch nicht mal diese ganzen absorber hier noch hinter mir an der wand hatte habe ich schon gemerkt ich bin hier in einem kleinen extra abteil gelandet so heftig wirken die und das sind jetzt einzelne vorhänge mit 300 gramm pro quadratmeter es gibt die noch mal etwas dicker mit 600 gramm pro quadratmeter ich habe die 300 gramm 300 gramm version allerdings habe ich die zweimal genommen weil ich erst 300 gramm ausprobieren wollte dann aber nicht 600 gramm dann noch dazu kaufen wollte denn weil dann hätte ich ja 900 und 900 ist schon zu viel tatsächlich weil das nicht mehr wirklich hörbar ist der unterschied hörbar ist tatsächlich ob du 300 oder 600 hast und es ist günstiger zwei 300er zu kaufen als ein 600er vorausgesetzt du hast natürlich noch gardinenstangen übrig hatte ich tatsächlich und deswegen habe ich halt jetzt insgesamt vier vorhänge hier neben mir zwei hintereinander und zwei nebeneinander sozusagen und vor mir noch zum fenster dort habe ich auch zwei vorhänge hintereinander und dahinter sind dann noch plisées die habe ich auch komplett bis oben hin hochgezogen und dahinter dann die scheibe nach draußen und das funktioniert wirklich sehr sehr gut ja dann kommen wir noch zu meinem thema mit dem licht also das war wirklich eine sache da habe ich mich ultra lange mit beschäftigt welches licht wohin wie leuchtet was am besten und natürlich soll auch alles irgendwie mit einer fernbedienung steuern oder zu steuern sein und deswegen habe ich auch diese fernbedienung hier und verschiedene schaltungen hier mit drin mit dieser fernbedienung das ist meine haupt fernbedienung damit kann ich zum beispiel die kamera ein und ausschalten das mache ich jetzt natürlich nicht weil ich gerade in der aufnahme bin aber ich kann dann auch sagen bitte macht das licht aus so und dann sieht das so aus dass es das licht hier das ringlicht quasi und hinter mir diese beleuchtung und dann habe ich unten hinter mir noch eine beleuchtung ein strahler den mache ich jetzt auch mal aus könnt ihr mich überhaupt noch sehen muss kurz gucken ja man kann mich nur einigermaßen erkennen weil ich hier noch so ein kleines ambientelicht mit habe dieses licht von unten das hat den vorteil dass mich das noch mal von hinten an strahlt und dadurch mehr kontur bringt und mich noch ein bisschen mehr vom hintergrund abhebt ich schalte jetzt mal nur das hauptlicht hier wieder ein das sieht dann so aus also so könnte ich im prinzip auch auf nehmen aber wenn ich das untere licht noch dazu schalte sage hey das soll auch noch mit an dann sieht das ganze dann wieder so aus und das untere licht kann natürlich auch noch mal in der farbe und sowas ändern genauso wie das ringlicht hier auch also in der temperatur sozusagen warm weiß kalt weiß helligkeit das untere kann ich sogar noch in der farbe ändern wenn ich will ja das sind eigentlich schon so die lichter die ich nutze weil ich hatte erst überlegt noch decken leuchten zu machen und sowas was vielleicht auch cool wäre habe mir das schon alles rausgesucht aber dann habe ich halt mega den schein hier auf meiner glatze und das finde ich irgendwie nicht so cool und nicht so ganz professionell ich bin da ein bisschen komisch pingelig und sowas stört mich zum beispiel und deswegen habe ich gesagt nein jetzt bin ich eigentlich echt super gleichmäßig ausgeleuchtet zumindest sieht es auf dem monitor so aus dass hier nichts extrem irgendwie sich spiegelt oder sowas außer vielleicht ab und zu mal das ringlicht in der brille aber das da müsste jetzt mit leben das ist einfach so genau und dann haben wir halt noch hier mein schreibtisch und an meinem schreibtisch setup hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert also wenn ihr das schreibtisch setup video gesehen habt von mir dann werdet ihr wahrscheinlich das meiste schon kennen viel hat sich nicht geändert außer dass ich jetzt auf dem schreibtisch noch ein luftreiniger habe der steht auch direkt neben mir der läuft auch also der ist auch kaum zu hören und der ist jetzt noch nicht mal im nachtmodus es gibt noch nachtmodus aber genau vielleicht mache ich noch mal ein separates video zum thema luftreiniger weil ich habe jetzt tatsächlich mich einige zeit mit dem thema hier auseinandergesetzt und kann sagen es gibt einiges wo man darauf achten sollte und sie funktionieren wirklich gut und ich habe mir den geholt und auf meinen schreibtisch gestellt weil diese vorhänge doch ziemlich viel mal stauben wenn da bewegung drin ist wenn man dem aufzieht zu macht und so weiter und ich möchte hier nicht ständig alles voll gestaubt haben und ich kann sagen es funktioniert wirklich sehr gut dieser luftreiniger reagiert zügig und sorgt einfach dafür dass ich hier drin in meinem kabuff halt gereinigt der luft habe und auch der staub so ein bisschen gebunden wird dadurch habe ich merke ich auch weniger staub auf dem schreibtisch und weniger staub auf dem monitor und so weiter ja ansonsten wie gesagt ist immer noch hier mein mikrofon was ich habe was ich einfach ins könnte es quasi ins bild rein ziehen sieht man so ein bisschen sieht man das hier hier sieht man das mein schule wo ich zum beispiel mit aufnehmen zwischendurch ich habe aber auch noch separat ein ja ein rollwagen der auch für stehhöhe geeignet ist wo das nt 1a mikrofon noch dran ist um da zum beispiel auch noch mal was einzusprechen mich also quasi umzudrehen und in die richtung zu reden um noch gewisse raum moden zu vermeiden raum moden das sind ja mal leihenhaft ausgedrückt das ist ein blödes dröhnen was entsteht meistens im frequenzbereich von 100 hertz und meistens aus raumecken heraus oder sowas deswegen habe ich auch überall in den raumecken hier sowas stehen solche eckabsorber so sind die übrigens auch richtig kann man das sehen so sind die auch richtig aufgestellt das ist eigentlich dreieckig und man könnte es im prinzip auch umdrehen weil es ja genau in die ecke rein passt aber so sind sie eigentlich richtig montiert montiert zumindest hingestellt einfach nur dadurch dass der schall auftritt auf diese ecke da sich ja schon mal quasi alles splitten kann und was durchdringt in die ecke rein wieder zurückreflektiert wird geht dann wieder in den absorber als wenn er halt komplett an die wand rangedrückt ist ich hoffe ihr versteht ungefähr was ich meine genau ja und dann gibt es eigentlich nur noch eine neuigkeit tatsächlich was sich noch geändert hat und zwar ist das die screenbar von ban q die hatte ich in meinem anderen video schreibtisch setup video auch schon gezeigt das hier ist jetzt allerdings der nachfolger das ist jetzt die screenbar halo und da ist es einfach so dass ihr jetzt diese diese fernbedienung hier dabei habt kann man nicht sehen so das ist die fernbedienung die jetzt dabei ist dieses teil das ist nur touch und könnt ihr halt drehen und durch das drehen die helligkeit bestimmt durch den durch draufdrücken an und aus machen aber auch die modi ändern und so was was vorher alles an der lampe direkt ging machte jetzt quasi über dieses teil das verbindet sich so komischerweise hatte ich vorher die ben q lampe über mein monitor angeschlossen also ich hatte die hier dran sitzen und ich habe ja ein hub in meinem monitor drin ist immer noch der beste monitor übrigens für mac momentan also dazu werde ich auch noch mal ein zweites video machen wer das noch nicht gesehen hat das beste der beste monitor für mac oder sowas schaut euch das video noch mal an der hier ist es tatsächlich immer noch ich liebe das teil und der hat ein hub und wenn ich das einstecke oder die alte leuchte einstecke dann hat die auch sofort funktioniert ich habe das mit dieser halo gemacht wollte nicht ich habe diese halo jetzt direkt an meinen mac mini unterm schreibtisch hier angeschlossen da funktioniert es und sie funktioniert auch wirklich tadellos also geht immer an geht immer aus also wenn der rechner aus ist geht sie aus wenn der rechner angestellt wird geht sie sofort an und ansonsten von der ausleuchtung her ja die ist ein bisschen breiter aber ich sage so wie es ist man merkt jetzt so nicht extrem viel unterschied also wenn man sie einfach nachts heimlich austauschen würde und man macht es nächsten tag da geht man dabei und arbeitet damit und würde glaube ich nicht wirklich auffallen ja aber cooles teil ansonsten war es das eigentlich hier von meinem ganzen teil so was ich noch zeigen wollte wegen der beleuchtung ich habe zum beispiel auch auf dem boden eine markierung gemacht speziell da kann ich dann halt einfach dieses ringlicht hier mir her ziehen und dann ist es halt auch genau so eingestellt wie ich es brauche ja und eine kleine sache noch ich arbeite natürlich nicht nur im stehen sondern auch im sitzen deswegen habe ich mir auch einen neuen büro stuhl angeschafft und der ist auch einfach super aber das ist halt so eine sache da muss man sich drin wohlfühlen nicht jeder sitzt gleich gut in einem schreibtischstuhl der eine mag es gerne der andere fühlt sich da nicht drin wohl es guckt groß zu klein zu kurz aber dieser hier der ist ziemlich cool weil der hat ein netz das heißt man schwitzt nicht so am rücken dann lässt er sich in sämtlichen variationen verstellen armlehne irgendwie gefühlt hundertfach in sämtliche richtung die sitztiefe lässt sich einstellen und der stoff ist relativ dick und ich wiege so um die 100 kilo knapp und wenn ich mich drauf setze dann habe ich schon richtig gutes feedback dass ich halt nicht irgendwie durchsitze nichts platz sitze und einfach bequem sitze ich setze mich da rein und denke so ja geil und genau so war das auch ich habe den ausprobiert habe mich reingesetzt und sofort gemerkt jo das ist mein stuhl und das war dann für mich ausschlaggebend also ich habe schon in vielen büro stühlen gesessen und immer mal wieder ausprobiert aber es war nie einer dabei und der war es dann halt aber wie gesagt das ist absolute geschmackssache ja ich denke mal das war es jetzt erstmal von mir hier ganz stolz oder ganz voller stolz habe ich euch jetzt hier einmal mein studio gezeigt wenn ihr noch mehr wissen wollt zu irgendwelchen sachen zum beispiel zu basotekt zu den raumdämmungen wie ich das gemacht habe genau oder da was zu sehen wollt ich habe die alle an die wand angebracht überwiegend mit magneten tatsächlich so dass ich die so wieder von der wand abziehen kann und so und nicht so viel schaden an der tapete entsteht ja genau das ist jetzt mein neues studio hier kann ich direkt aufnehmen ich brauche nichts mehr machen außer mich hier hinzustellen meine lampe ranzuziehen meine fernbedienung hier einzuschalten licht an kamera an und dann die aufnahmen hier starten und dann kann ich direkt loslegen und das wollte ich halt auch gerne damit erreichen kann dann hier rein quatschen und für euch ein video aufnehmen kann kann aber auch hier direkt andere sachen aufnehmen voiceovers oder irgendwas einsprechen und das dann halt auch hier direkt bearbeiten das heißt es ist ein all in one raum geworden und vor allem akustisch ein traum es ist wirklich so wenn ich von draußen vor dem vorhang hinten in der küche stehe unheimlich schräg wie laut das ist wie das halt und schallt wenn ich in diese richtung spreche in richtung vorhang merke ich schon da kommt gar nicht mehr viel feedback zurück und je näher ich hier komme und sobald ich hier rein komme hört man einfach den unterschied vielleicht kann ich euch das hier nochmal zeigen also schaut euch das sonst nochmal an so jetzt läuft im hintergrund der wasserkocher und achtet mal darauf was das jetzt mit dem ton macht wenn ich jetzt in meinen kabuff reingehe hinter den vorhang hört ihr das ist krass oder ich gehe nochmal raus so viel machen diese vorhänge aus jetzt hier mal eine testaufnahme außerhalb von meinen gardinen ja dort ist ja mein kabuff da sind die gardinen und hinter mir hier ist überall wand nackte wand und nichts isoliert und jedes mal wenn ich in diese richtung spreche wird es schon deutlich besser und wenn ich jetzt einfach mal näher kommen ich bin jetzt ungefähr noch meter davon entfernt komme jetzt immer näher und da hört man schon wie der ton viel viel besser wird wenn ich vor diesen gardinen direkt stehe und wenn ich jetzt mal rein gehe hier in mein kleines kabuff dann werdet ihr währenddessen auch schon merken wie sich der ton hier von meiner stimme verändert und wie trocken und heilfrei das ganze dann doch wird ja und das ist der unterschied so hört es sich dann an hier ist noch eine kleine lücke aber so hört es sich dann an wenn die gardinen wirken ja ich gehe nochmal wieder zurück oder raus und dann werde direkt hören dass das alles wieder ganz anders klingt als da drin ist das auf jeden fall schon wieder hall und schall mit dabei wie immer vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuhören wenn euch das gefallen hat gibt mir gerne einen daumen nach oben und ansonsten sage ich bis zum nächsten video ich 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 ich